Hallo Leute, wir sind von Dobel unterwegs im Schwarzwald und ich habe gedacht, guck mal da, Ronas, so eine Aussicht. Das ist einfach der Hammer. Wenn ihr wollt, bleibt dran und ein bisschen Essen warm gemacht und noch einen Tee. Macht's gut und tschüss Leute. Jetzt. Ich habe hier eine tolle Cheerleaderin. Ja, es brennt. Jawoll, kommt in Gang. Auch wieder frisch geerntetes Holz hier unterwegs. Ich muss ein bisschen pusten. Obwohl, es kommt. Es kommt in Gang. Jawoll, es zischt aber ohne Wende. Die sind richtig außen noch feucht. Es ist gerade Schneeschmelze. Aber innen drin ist das Holz trocken. So, dann setzen wir jetzt das Topkreuz auf. Jetzt machen wir uns jetzt einfach ein bisschen Mittag warm. Ausatmen. Jetzt machen wir die Zähne. Oh, das wäse ich auch. Ich auch. Eine wunderschöne Aussicht, wie in meiner Heimat, transkapathische Berge. Das Schwarzwald ist genauso. Da fühlt man sich gleich nach Hause versetzt. Und dann macht Benni für uns Tee. Das war's. Das war's. Ja, es war's. Das war's. Vielen Dank.